Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Leverkusen, Bundesliga 2023-2024, dritte Spieltag, Leverkusen gegen Darmstadt, Entgibnis 5 zu 1. Startelf, Leverkusen, Hakaki, Kosunoduta, Tapasopa, Fernbank, Blackios, XHK, Gramaldo, Hoffmann, Wirts Bonifaké, Startelf, Darmstadt, Schuhin, Klacher, Zimmermann, Las Verwort, Bader, Pratik, Nuweninger, Machvin, Melem, Holland, Pfeifer, Fiel, 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 Lehl, Son, Das war's von Leverkusen gegen Darmstadt, 16 Uhr 53.